Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene. So, liebe Ursula, wir sind weiter unterwegs in Oberösterreich im Zuge unserer Staffel über die Entwicklung der Landwirtschaft und auch ein wenig die Geschichte der Landwirtschaft und sind jetzt hier angekommen in einem riesigen Industriekomplex, würde ich sagen, und treffen uns mit dem Herrn Manfred Zöllrall hier bei den Eiermachern. Grüß Gott, ich freue mich irrsinnig, dass wir hier sein dürfen und ich würde Sie mal bitten, uns zu sagen, was hier Ihre Funktion ist. Ja, mein herzliches Willkommen. Meine Funktion ist hier Geschäftsführer der Firma Eiermacher. Und wer sind die Eiermacher? Das ist ein Riesenbetrieb hier. Wir sind hergefahren, ohne vorher viel gewusst zu haben. Wir waren gerade bei den Nachbarn quasi und haben schon eine Folge aufgenommen. Und hier stehen ganz viele große Hallen. Es fahren viele LKWs. Es gibt aber keine Tiere hier am Standort, oder? Nein, da haben wir keine Tiere. Die Firma Eiermacher hat eine Geschichte von fast 40 Jahren, damals gegründet von einer Handvoll Bauern, mit der Idee, die Bruder und Küken besser zu vermarkten gemeinsam. Und das ist eine Idee gewesen, wo man versucht hat, gemeinsam für den Markt etwas aufzubauen. Und aus der Idee ist eine Firma entstanden, was nach wie vor in Hand von 30 Bauern ist, die, was in dieser GmbH beteiligt sind. Und letztendlich haben wir den Job gegeben oder den Auftrag, was zu tun ist, beziehungsweise aus der Idee ist entstanden, eine Portfolio von Elterntieren, Junghainaufzucht, Bio-Hühnern, Bröterei, Backstelle. Also Firmenmotto ist alles, was Federn hat, ist eigentlich für uns ein Thema in der Firma. Hat die Legehennenhaltung hier im Gebiet von Kremsmünster eine lange Tradition? Ist das ein Händelgebiet da? Begonnen hat die Hühnerhaltung in Oberösterreich, kann man sagen in Schlierbach, sehr viel alternativ. Wir sind ja damals eigentlich in Schlierbach gegründet worden. Und es hat in den 90er Jahren eigentlich zwei Schwerpunkte gegeben in Österreich, wo an und für sich Alternativhühnerhaltung neben der Käfighaltung entstanden ist. Das war an in Schlierbach, wo man schon sehr viel Erfahrung gehabt hat mit Elterntierhaltung auf Bodenhaltung. Und die zweite Gruppe war an und für sich in der Steiermark unten. Das war damals der Doni Hubmann. Das waren eigentlich die zwei Zentren, wo eigentlich die Alternativhaltung begangen hat in Österreich. Und die Idee ist von den Bauern hier selber gekommen, aus der Landwirtschaft. Die haben gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Ja, ich denke, es hat beides gegeben, ja. Es hat mit Sicherheit viele Bauern und Bauern gegeben, die was unzufrieden waren mit der Situation, wie sie in den 90er Jahren waren. Man hat schon gespürt, dass der Käfighaltung nicht das Optimale ist für Eiproduktion. Und das zweite war natürlich ein enger Kontakt zu den Konsumenten und Tierschützern, in der Bewegung, wo man auch gesehen hat, okay, der Kunde will eigentlich kein Ei mehr essen, aus einer Haltung, was mittlerweile verboten ist. Und Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, also sozusagen das Händel eigentlich sozusagen von der Geburt bis zum, also durch alle Lebensalter irgendwie gefühlt durch. Erklären Sie uns mal ein bisschen genauer, welche Kategorie spielt welche Rolle? Wir haben in der Vorbereitung auch ein bisschen gesprochen, wie wir hergefahren sind. Das Thema Bruderhähne haben wir gesehen, gibt es bei Ihnen? Also sprich, da werden auch die männlichen Tiere aufgezogen, die ja keine Eier legen können, logischerweise. Welche Kategorie hat welche Bedeutung bei Ihnen? Na ja, wenn wir jetzt noch einmal von Elterntieren reden oder Zuchthühnern, haben wir einmal den Schwerpunkt, die Biomasstküken. Also wir haben ungefähr 20 Familien, die was Bio-Elterntiere halten. Muss man sich vorstellen, so 3000er bis 6000er Gruppengröße. Das sind Tiere mit Bodenhaltung und Freiland dazu. Und da werden dann auch Hähne gehalten und diese Eier kommen in die Brüterei und diese Küken kommen dann zu den Biomasstbetrieben. Bei diesen Hühnern ist eigentlich der Fokus natürlich auf die Fleischleistung. Das sind die Tiere, die man dann als Hähnler, quasi als Griller kennt. Und da spielt das Geschlecht an und für sich keine Rolle nicht. Da wird einfach jedes Küken, was gesund ist, wird dann zu den Biobetrieben transportiert hin und dort aufgezogen. Wie alt werden die oder wie lang wird gemästet? Naja, da kann man sagen, zwischen 60 und 70 Tage, was dann die Hähnler auf den Betrieben sind. Ist das bei Bio länger als bei konventionellen? Naja, wenn man es jetzt sagen kann, im Vergleich konventionell, die normale Maß bewegt sich irgendwo zwischen 25 und 30 Tagen und in der Biomasst sagt man zwischen 60 und 70 Tagen. Also doppelt so lang. Doppelt so lang, kann man sagen. Das hängt natürlich auch immer vom Schlachthoch-Oppriches-Gewicht, das er viel Vermarktung braucht. Und wenn man sich die Seite anschaut, der Legetiere, da ist das Thema etwas komplexer. Da haben wir halt in Österreich vorwiegend die braunen Hühner, kennt man vom Sägen her, also die Lohmann-Braun beziehungsweise auch weiße Hühner. Und da ist es so, da ist die Züchtung an und für sich Schwerpunkt Henne. Da ist wichtig, dass man gute Einleistung hat und da ist in der Geschichte immer so gewesen, dass man auch im Schlupf quasi die weiblichen Tiere dann auf die Aufzugsbetriebe bringt. Und die männlichen Tiere ist jetzt auch neu in Österreich seit doch schon mittlerweile fünf Jahren, wo man sagt, okay, im Biobereich werden zum Beispiel die Küken aufgezogen, der sogenannte Bruderhahn. Und die weiblichen kommen in die Stallungen. Und konventionell ist es so, dass man in Österreich die Lösung hat, okay, man darf keine Küken mehr töten für keinen guten Zweck unter Anführungszeichen. Man muss nachweisen, es ist auch ein begehrtes Futterküken mittlerweile geworden für Zoos und Greifvogelzüchter und so weiter. Die Aufzucht, um dann die Bruderhähne zu essen, rentiert sich das? Ja. Nein, ich meine, das ist jetzt, wie ist die Entwicklung gegangen? Rentiert sich das? Das Billigste ist, wenn man jetzt sagt, okay, das ist nach wie vor vom Käfig aus, ja. Aber ich glaube, das will man heute nicht mehr, wenn man ein Ei isst, dass man sagt, okay, man will eigentlich das Gefühl haben, den Händel muss gut gegangen sein. Gutes Futter und Freilauf. Hahn will man eigentlich auch nicht haben, wenn man ein Frühstücksei isst, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich auch nicht vernünftig gelöst worden. Und wenn man einen Hahn aufzieht, dann hat man nach 10 Wochen. Und das ist ja ein Junghahn, wo das Fleisch eine richtige Spezialität ist. Natürlich von der ihren Herr ist es so, dass man einen Hahn von der Liegesseite nicht vergleichen darf mit einem Masthuhn. Der liegt nicht so zu beim Fleisch. Genau, weil es eine ganz andere Genetik ist. Aber an und für sich, der Junghahn war schon in der Geschichte immer ein sehr begehrtes Lebensmittel. Und früher waren sicher noch bekannt die sogenannte Stubenküken, wo man ganz einfach die Hähne so lange mitlaufen lassen hat, bis man es erkannt hat. Und dann hat man es quasi dann geschlachtet und gegessen. Ja, und der Bruder Hahn ist jetzt schon eine geführte Aufzucht, aber von der Qualität her vergleichbar wie früher. Und wie wird er dann vermarktet in Ihrem Fall? Wir dann jede Woche Hähne schlachten, glaube ich, wenn wir viel Jungen machen. Und da ist es so, dass eigentlich mittlerweile ein sehr hoher Anteil frisch vermarktet wird. Also wir dann eigentlich 90 Prozent der Hähne dann zerlegen und dann das Filet runterschneiden und die Kollen auslösen und das Mini-Filet ist dann für sich im Supermarkt erhältlich, frisch jede Woche. Ganze Hahn wird auch sehr gut angenommen und das Kollenfleisch ist dann ein hochwertiges Lebensmittel quasi eher für die Wurstindustrie. Ich habe immer wieder welche gekauft, aber die sind eher slim fit. Ja gut, das ist ja ein sehr junges Tier noch. Ja, das Verhältnis ist ein ganz anderes für sein Hahn. Er ist auf der einen Seite sehr mager. Und wir sind es natürlich, Entschuldigung, wenn ich unterbringe, wir sind es natürlich nicht gewöhnt, weil wir kaufen, wenn du normaler Hühnerfleisch kaufst, ist das eine andere Rasse und deswegen ganz andere Kupatur. Ich habe mir nicht gewohnt, ja. Aber anders ist es, wenn ich sage, okay, wie ein geschmackliches Fleisch habe und habe die richtigen Beilagen dazu, dann isst man eigentlich wieder in dem Verhältnis, was man sich eher wünscht. Ist das für die Gastronomie vielleicht speziell auch interessant? Für Köchinnen, Köche, die sagen, sie nehmen gezielt Bruderhahn? Wir haben es am Anfang über die Gastronomie versucht. Das Thema ist, der Hahn braucht dann sehr viel Aufklärung bei den Endkonsumenten. Und somit, es war eher sehr schwierig in der Gastronomie zu landen, weil jeder stört sich einfach, wenn er Hennenfilet bestört, eine große Brust war. Keule hat er auch anders gebildet und wenn er dann Geld ausgibt und so eine kleine Keule sieht, ja, da kann es nur so gut schmecken. Es ist halt dann schwer erklärbar. Wir sind jetzt eher beim Großhandel, beim Lebensmittelhandel gelandet, in der frischen Tasse, wo wir eigentlich schon sehr viele Kunden haben, die was wirklich Gernes kaufen. Kommen Sie eigentlich persönlich auch aus der Landwirtschaft oder eher aus der kommerziellen Seite? Nein, ich bin ein echter Bauer, kann man sagen. Ich habe einen Hof zu Hause, bin da aufgewachsen, habe mich eigentlich in den Jugendjahren dann relativ stark für die Hühner interessiert, bin dann von der Hühnerhaltung in die Technik gekommen, habe dann quasi dann so, gute 20 Jahre eigenes Nest entwickelt und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann andere Stallungen eingerichtet. Also habe ich mal sehr viele Hühnerstalle kennengelernt in Österreich und dann seit 15 Jahren gut mache ich dann den Job als Geschäftsjahr her. Also von der Pike aufgelehrt. Kann man sagen, mit Hühnern aufgewachsen, ja, so richtig. Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, Bio spielt hier ein Thema, Bio-Ente haben wir auch gelesen, sprechen wir vielleicht ein bisschen später und dann bleiben wir bei den Hühnern. Vermarkten Sie ausschließlich Bio? Nein, wir haben im Prinzip Hennen und Eier oder? Wir haben in unserer Firma beides, konventionell und Bio, ist aber schwerpunktmäßig sind wir Bio unterwegs. Also glaube ich, das Verhältnis zieht sich ziemlich durch. Ich meine 70 Prozent ungefähr sind biologische Produkte, 30 Prozent konventionell. Bei den Enten haben wir 100 Prozent Bio gemacht, weil der Markt ganz einfach, nach unserer Einschätzung war leichter zum Bearbeiten als mit konventionell, wo man sich vergleichen muss mit dem Ausland. Importierten. Genau, und da ist einfach eine andere Portfolie dahinter und das sind wir nicht. Das heißt, Sie sind ja eher im High-End-Bereich, sozusagen österreichische Bio-Enten. Genau. Trademarks sozusagen. Wird das in der Nachfrage, merkt man das im Verhältnis, die Nachfrage verschiebt sich die, also wächst Bio noch stärker bei Ihnen oder wird irgendwie konventionell ganz einmal aufhören oder bleibt beides? Ich glaube, dass wir beides brauchen und dass auch beides Platz hat. Also ich sehe das jetzt momentan ist es so, dass man natürlich jetzt bedient durch die jetzige Zeit, sage ich einmal, uns eher schwer dann in Bio-Segment zu wachsen, weil es ganz einfach, ja, das Geld weniger geworden ist oder das Empfinden zum Geld, dass man für das mehr Geld ausgeben will. Jetzt ist konventionell wieder ein bisschen stärker im Fokus, aber ich denke, es passt eigentlich sehr gut zusammen bei uns, die Mischung in der Firma und wo wir konventionell reden, zum Beispiel in der Hühnerhaltung, Freilandhaltung, da gibt es auch wieder Unterscheidungen, welche Eier produziert man. Wir produzieren zum Beispiel keine ganz billigen Eier nicht oder unter Anführungszeichen. Wir haben auch nicht die Betriebsgrößen. Das heißt, wir haben vor Hause eigentlich eine sehr kleine Struktur im Vergleich zum Miebewerb in Österreich beziehungsweise hinter Nassau als Wieso. Ich muss ja nochmal nachhacken bei dem, was Sie gerade gesagt haben, das Thema, man merkt momentan, dass Konsumentenwert zum konventionellen wieder greifen, aber man liest ja auch regelmäßig, dass die Biobauern momentan insofern im Vorteil sind, als die die Preissteigerungen nicht so stark spüren, weil die natürlich eine andere Kostenstruktur haben als die konventionellen. Das wäre ja in der Logik eigentlich, müsste man ja glauben, dass dann jetzt Bio leichter zu vermarkten ist, Weil es nicht so viel teurer wird, wie die konventionellen Produkte gerade teurer werden. Ja. Oder ist das zu einfach gedacht? Am Anfang habe ich auch so einfach gedacht, dass das wirklich, ja, ich dachte, okay, naja, der Obstand wird geringer und es wird leichter für uns, ja, in Summe, man muss ehrlicherweise sagen, dass der Biobereich auch für die Kosten nicht wegkommt, sei es Energie, Transport, Verpackungen, Logistik, Personal, also da ist man sogar vielleicht ein bisschen in Nachteil, weil man kleinere Strukturen hat. Rohstoffsektor ist eigentlich so, ich sage ich, dann passt sich der Markt wieder nach den Gegebenheiten an. Ja, es ist ähnlich wie beim Strom, obwohl wir Wasser gehofft haben, haben wir da einen hohen Strompreis und wenn jetzt das konventionelle Futter steigt, dann steigt auch das Bio-Futter für die Hühnerhalter. Also ich habe mir eigentlich auch ein bisschen eine leichtere Entscheidung, einen leichteren Weg vorgestellt, aber grundsätzlich denke ich, das Thema Bio werden wir, wir werden es nicht wegdiskutieren können, wir werden es in Zukunft wieder viel mehr brauchen, wenn wir die Umweltthematik oder es wird kein Weg vorbeiführen, dass wir uns kümmern um den Boden und die Tiere und derzeit ist es halt momentan halt alles ein bisschen verunsichert durch die ganzen extremen Preissteigerungen, aber mittelfristig glaube ich, dass das Thema wieder mehr im Fokus ist und somit das Thema Bio jetzt kurz ein bisschen aufpassen muss, aber mittelfristig glaube ich, werden wir darauf kommen, wir wollen gesunde Lebensmittel haben. Aber das Portfolio können Sie ja nicht verschieben von konventionell zu bio intern in der Firma, weil das muss eigentlich stabil sein, es kann ja nicht einer umsteigen jetzt sozusagen von bio auf konventionell, ist das möglich? Nein, ist nicht möglich, weil die Zertifizierung ja nicht beschleppbar ist. Die Zertifizierung ist man es auch nicht, man muss sich ja vorstellen, Landwirtschaft ist einem für sich ja ein sehr großer Tank oder der was ganz langsam fährt in den Radien. Also man braucht einmal eine gewisse Zeit, dass man einen Betrieb aufbaut, das dauert Jahre, bis er die Tiere hat und dann hat er natürlich auch die Programme laufen und die Verträge laufen. Also da Veränderungen herbeiführen, das dauert einfach nicht ein halbes Jahr, das dauert Jahre. und das Gleiche ist bio und konventionell. Was man beeinflussen kann, ist natürlich, okay, Zugang zum Markt, was passiert man in Aktionen oder wie schaut man es, was man seinen Mann bringt und natürlich ist momentan Produktionsaufbau ist derzeit wenig, noch nicht, das ist ja alles sehr teuer geworden, das Bauen und wenn man jetzt sieht, okay, die Tendenzen in den nächsten zwei Jahren gleich bleiben, schaut man halt, dass man da ein bisschen reduziert, aber man kann jetzt nicht den Schalter umdrehen und sagen, ob man es konventionell und ob man es wieder bio. Wie lange dauert der Umstieg bei Legehennen, ist das drei Jahre oder wie lange dauert das, wenn man auf bio umsteigen möchte? Grundsätzlich ist ein Betrieb innerhalb von einem Jahr umgestellt, wenn er ihm das Ganze erfüllt und das Bio-Futter zukauft und die Flächen dauern drei Jahre, bis sie dann rein bio sind. Apropos zukaufen von Futtermitteln, ist das zu einem Problem geworden im letzten Jahr aufgrund der Konfliktsituation oder wird rein aus österreichischen Betrieben zugekauft? Ich glaube, man muss, ich meine, Österreich ist 200, ein Riesenland, aber in Wirklichkeit... Sie sind der Erste, der das so sieht. In Wirklichkeit sind wir ein Dorf, ja. Und ich finde es oft nicht so gut, wenn man nur Österreich im Fokus hat und das andere nicht. Also im Futtersektor haben wir sehr stark gemerkt, dass wir, ja, wir leben in Europa, wir haben Abhängigkeiten zu Gründe gehabt und die ganzen Handelswege, ob man jetzt da ein Teil selber futtern hat oder nicht, es spielt sich eigentlich wie seine Ebene ab. was größer ist und natürlich haben wir zwei Sachen, ja, auf der einen Seite der Ukraine-Konflikt hat etwas ausgelöst, was eigentlich schon ein bisschen da war und das Zweite, was uns eigentlich am meisten wehren hat, das war die Trockenheit in Europa. Das war nicht so, dass man jetzt nur in Spanien trocken war, selbst die Rumänen haben schlechte Erträge, die Ungarn, momentan Deutschland draußen war in Berliner Gegend, es hat überall gleich ausgeschaut und ich glaube, dass das Thema Trockenheit eigentlich das verschärft hat, das Empfinden nehmen Ukraine-Konflikte noch dazu. Das heißt aber auch, dass die Klimaentwicklung auch zu einem Problem wird? Die Klimaentwicklung ist ein Problem oder schon massiv da und darum habe ich anfangs vorher gesagt, okay, wir werden über Biologische Landwirtschaft und irgendwie nicht vorbeikommen, ja. Wird es auch bedeuten eine Reduktion des Tierbestandes? Weil man einfach die Flächen nicht mehr hat, weil man die Futtermittel nicht kriegt, weil man das Wasser vielleicht nicht mehr so in der Menge hat? Ich glaube, da werden wir nicht vorbeikommen, dass man auf die Ressourcen schaut, was man hat und wir werden uns natürlich anpassen müssen in den Essgewohnheiten und das man braucht nur bei mir daheim schauen, wir haben fünf Kinder der einzige Bub, was gerne Fleisch essen tut und dann bin ich schon der Zweite und wir essen aber auch gerne Fleisch aber wenn wir eins essen, dann ist wirklich meine Frau sehr bedacht, dass sie einfach dann eine gute Qualität kauft. Kein Fleisch finde ich einen falschen Weg, wir brauchen die Rinder für die Landschaft und wir brauchen auch die Nährstoffe aber es wird sich irgendwo einbendeln müssen auf einem anderen Niveau. Genau, hinschauen, oder was man ist? Das ist ja ein bisschen unsere Ambition mit dem Podcast, dass man einlädt ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Bleiben wir mal beim Essen und Kochen und bei den Eiern. Jetzt glaube ich in Österreich ist man sehr früh oder haben wir jetzt schon lange Geschichte, dass wir bei den Eiern auf eine sehr hohe Qualität schauen. Sie haben selber gesagt, Käfighaltung ist schon lange indiskutabel und undenkbar und jetzt ausgeschlossen. Wie schaut es bei den Frischeiern, glaube ich, sind wir da sehr achtsam. Wie schaut es bei den verarbeiteten Eiern aus? Können Sie da ein bisschen, haben Sie einen Einblick, sind heute auch bei Kuchen und anderen Dingen schon Eier in einer hohen Qualität drinnen oder ist es dort noch egal, weil man es nicht sieht? Wie stellen wir uns das vor? Verarbeitungseier ist die nächste Stufe, was man schwer sieht, ganz klar und was man schwer definieren kann. Ich denke, es gibt dann für sich ein europäisches Niveau, was verwendet wird und es entwickelt sich natürlich auch weiter das Verarbeitungseier, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir uns da schwer dann in der Erklärung, weil es ganz einfach zu komplex ist, wenn man auf jeden Zusatz hinweist in jedem Lebensmittel. Ja, aber wenn ich jetzt auf eine Verpackung oder wenn ich beim Kuchen in einer Konditorei dazu schreibe, Bio-Eier verwendet, das ist kein großer Aufwand, oder? Nein, das ist kein großer Aufwand, wenn man es mir gerne macht, aber grundsätzlich bin ich wieder dabei, dass wir in Österreich ein Dorf sind. Wenn man sich die ganzen Regale anschaut in einem Geschäft, dann haben wir nicht nur österreichische Kekse oder Kuchen. Also ich glaube, dann gibt es halt europäische Richtlinien, da muss man sagen, hat die EU sehr viel getan, also wenn man sich die Entwicklungen ausschaut vom Fähigkeit ausstieg. Jetzt auch der Osten kommt dazu mit dem Ausstieg vom Käfig. Also grundsätzlich glaube ich, dass man das nicht nur für Österreich sehen muss, sondern wirklich europaweit sehen muss, die Entwicklung, weil ganz einfach der Rohstoffein, ein Trockenei in vielen Firmen verwendet wird, die was europäisch denken. Sie denken auch, sehr europäisch, gar so offensichtlich, arbeiten aber unter strengen oder eventuell sogar strengeren Regularien in Österreich als andere EU-Länder. Fragezeichen, ist das so? Sind die Regularien bei uns strenger? Ich denke, wenn man in Deutschland draußen ist, dann erzählen die Deutschen, dass sie die strengsten Auflagen haben, aber wenn man in Österreich ist, sind es mir. Die Polen schimpfen genauso über die EU-Auflage. Ich denke, wenn wir jetzt von guten Lebensmitteln reden, da sind es immer zwei Welten. Das sind die Regularien und das Zweite ist, wie wird mit den ganzen umgegangen, wie mit den Tieren und so weiter. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Kind. Was hilft einem Kinder das schönste Haus, wenn es schlechte Eltern hat. Also, das Umfeld alleine macht es nicht aus. Ich glaube, das sind immer zwei Sachen, was wir brauchen für gute Lebensmittel. Natürlich, Regeln und Grenzen, wie man es machen muss, aber das Zweite ist schon die Motivation von der Barrieren selber und von Bauern. Das war immer unser Eindruck auch. Ja, bestimmt. Egal, ob konventionell oder bio, es kommt immer auf den Zugang des Nachwuchs. Es geht um die innere Einstellung ab. Genau. Gar ein Gefühl oder nicht, ja. Wie viele Betriebe sind die Eiermacher? Wir haben jetzt rund 350 Familien, die mit uns quasi einen Vertrag stehen oder wo wir Kooperationen haben. Und gibt es da, gibt es viele, die regelmäßig anklopfen und sagen, wir wollen auch dazu? Wir sind gut gewachsen in den letzten Jahren. Es ist ständig an Anfragen da, aber jetzt momentan ist es ganz einfach in der Landwirtschaft. Es hat sich irgendwo einmal eingependelt, sage ich einmal, die Strukturfindung. Und ich denke, dass momentan ja keiner recht weiß, was sich jetzt wirklich verändern will. Derzeit ist es ja, da würde ich sagen, Status quo halten für viele. Wir waren zum Auftrag dieser Staffel bei einem Landwirt im Maltertal in Kärnten, der hat einen ganz kleinen, sehr traditionellen Milchviehbetrieb, ist Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule und Hofschmied. Und der hat uns erzählt, dass er bei seinen Schülerinnen und Schülern durchaus auch Quereinsteiger hat. Also junge Leute, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, die Ausbildung machen und sagen, sie wollen einen Hof übernehmen, gründen. Gibt es das bei den Händel- und Eierbauern auch? Die meisten Händelbauern sind bei uns sondern für sich Neuensteiger. Die eingesessenen Käfighalter unter Anführungszeichen haben weniger den Betrieb umgebaut, dass es weitergeht. Also neue Betriebe hatten wir normal keine Ahnung von Hühnern gehabt oder wenig. Das ist eine Seite und das zweite ist, was wir schon merken, dass es wieder ganz viele junge Familien gibt, die was quasi wieder einen Hof übernehmen von den Eltern, die aber schon verpachtet waren und die was sagen, wir wollen wieder Landwirtschaft betreiben, weil ganz einfach der Arbeitsplatz zweit weg ist, und es sind auch durchaus sehr viele Menschen mit sehr guter Ausbildung, die was ganz einfach wieder die Freude am Beruf Landwirtschaft sehen. Das wäre was für uns, gell? Ja, und es passt ein bisschen gut zu unserem Thema, so die Entwicklung der Landwirtschaft, wo geht die Reise hin, dass man sagt, das wird wieder interessant. Ich habe aber noch eine Frage zu Europa und zur EU, weil wir haben über den Bezug von Gütern gesprochen, Futter zum Beispiel, an wen verkaufen Sie die Eier und Produkte, auch europaweit oder nur in Österreich? Alles, was frisch ist, sind wir in Österreich zu Hause, weil es ganz einfach regional der Markt ist und weil Deutschland hat ja die deutschen Bauern und so weiter. Ente, da sind wir unterwegs, Schwerpunkt Deutschland, Österreich, Dänemark ein bisschen und bei den Küken auch, ja, arbeitet man mit Ungarn, Deutschland, Holland, also wir verkaufen schon einiges und mein Exportvolumen ist ungefähr 20% von Umsatz was. Also eher für den österreichischen Markt? Frisch Eier für den österreichischen Markt und was jetzt ein Ente ist, was jetzt ein Hahn ist, geht sehr viel nach Deutschland, also da arbeiten mit Deutschland sehr gut zusammen. Und finde ich als Konsumentin die Eiermacher als Marke dann im Regal oder wie, weiß ich denn, dass das von Ihnen kommt, was ich kaufe? Wir arbeiten sehr gerne in der zweiten Reihe, also wir bedienen die Handelseigenmarken vom Handel und da ist das schon sehr groß und das Bio ja kaufen, dass für uns solche dabei sind. Und die Ente, die Enteform, weil das ist dann eher auch noch selten, oder? Bioente ist ein aufstrebendes Produkt, wenn Sie eine Österreicher finden, dann kommt es zu 100% von uns, ja. Nein, da sind wir jetzt aber in allen wichtigen Lebensmittelhandel und Diskontoren gelistet. Teilweise auf Saisonen oder ein ganzes Jahr. Wird die Bioente mehr, weil da gibt es auch eine große Diskussion, gerade jetzt rund um Martini mit den Gänsen, die immer mehr für Diskussion sorgen, die Stopfgänse möchte man immer und, und, und. Wird das dann interessant, die Bioente? Steigt da die Nachfrage? Gänsen, die, was er ganz gekauft ist, normal nicht leichter. Ente, sage ich einmal, in der Gastronomie, grundsätzlich, die Ente ist auch ein Herbstsaisonprodukt, die geht jetzt los und dauert bis Weihnachten und unter dem Jahr ist es auch schwer vermarktbar. Aber das ist so, weil wir das so etabliert haben, dass man rund um Martini das isst oder weil es im natürlichen Kreislauf einen Sinn macht? Naja, dann sind wir wieder, der Österreicher hat an und für sich keine Entenkultur. Der hat es zu Martini und zu Weihnachten, wenn man Ente jetzt weiter anschaut bei den Franzosen, wir essen 0,4 Kilo, der Franzose ist 3,4 Kilo. Also das ist ein ganzes Jahresessen auf der Speisekarte, Ungarn auch, Deutschland ist doppelt so viel wie der Österreicher. Die haben auch mehr Kultur. Wenn man sich da weltweit betrachtet, dann muss man sagen, wir haben mehr Enten gegessen als wir im Osthändler. Also es hat halt der Deutsche und der Amerikaner haben es halt irgendwann für das Bierzeiter und Grüchenle entschieden und die asiatischen Länder haben es für die Entengerichte entschieden. Also es ist für die Wichtigkeit weltweit ist eigentlich wichtig. Und das heißt, Sie sind quasi ein Pionier hier mit der Bio-Ente. Ja, ich muss mal schauen, ob ich beim Chinesen eine Bio-Ente Wir werden in Zukunft überall Nachfragen genau noch den Eiern machen. Aber die werden wahrscheinlich woanders herkommen, die Porte zu uns. Nein, die Chinesen ist ja Österreicher auch ganz hier. Genau. Und zwar Ente. Genau, da ist es. Und sonst eigentlich schwierig. Das heißt, es geht um die Rituale und Traditionen irgendwo, oder? Wie oft beim Essen. Vermarktung, das Marketing. Möglicherweise. Nein, ich glaube, dass es beides ist. Ich meine, wir haben es, wenn wir es von der Landwirtschaftungseite anschauen, ich meine, es ist in Österreich weder unterrichtet worden, weder in einem Studium, man hat die Enten ganz einfach nicht am Schirm gehabt. Und dann hat man es natürlich auch in der Gastronomie ganz wenig am Schirm gehabt, die österreichische Ente. Und das ist ein Prozess, was wir jetzt schon sehen, dass es an und für sich, es gibt ein Umdenken in der Ernährung, die Leute essen verschiedene Sachen, nicht nur Schweinsbraten und Schnitzel. Also, wir verkaufen unter dem Jahr mittlerweile mehr Ente, aber es ist halt ein Prozess, was Zeit braucht. Länger dauert, ja. Und es ist auch nie angeboten worden, muss man auch fairerweise sagen. Man hat auch nicht mehr Chance gehabt, dass man unter dem Jahr Enten kauft. Ich überlege mal so, im Handel, wenn ich eine Ente kaufen will, ich habe eigentlich immer nur Entenbruststücke importiert aus Frankreich gesehen. Ja, genau. Und wenn ich dann zu Hause mal so eine falsche Peking-Ente gemacht habe mit Palatschinken und ein bisschen Lauch, war es eine französische Entenbrust, ja. Und sonst war eigentlich nichts verfügbar. In Zukunft kannst du österreichische Bio-Ente kaufen, Christoph. Ein spannendes Gespräch und wir sehen auch hier, dass in der Landwirtschaft viel tut, oder? Und dass alles eigentlich in Veränderung begriffen ist und sie aber sehr zuversichtlich sind für die Zukunft der Landwirtschaft, oder? In Österreich, gerade in ihren Bereichen. Ja, ich denke, wir werden Landwirtschaft immer brauchen. Sie wird sich weiterentwickeln und die Dinge, es wird auch sehr viel positive Entwicklungen geben, weil wir es anders auch schwer dagegen werden können, ja. Was mir hier gefällt, ist, dass lokale Bauern eine Richtungsentscheidung treffen und dann echt die Kraft haben, so einen Betrieb zu entwickeln gemeinschaftlich. Das erinnert mich so ein wenig an eine Genossenschaft, die vielleicht ein bisschen stärker kommerziell auch und Marketing und Sales orientiert ist in diese Richtung. Finde ich aber toll, dass es sowas gibt und sich hier in Krems-Münster entwickelt. Und dass man selbst in die Hand nimmt, oder? Welche Rolle man am Markt erspielt in Wirklichkeit und Sie können damit auch die Qualität und andere Themen mitbestimmen. Das wirkt sehr zukunftsorientiert. Ursula, ich glaube, das war ein lohnenswerter Besuch für uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dankeschön. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Telleranz.io Bis zum nächsten Mal.